Im LKW-Containertransport wird versucht, Leerfahrten zu vermeiden. Stellar Container Logistics führt sogenannte One-Way-Transporte durch, doch vermeidet Leerfahrten. Das muss kein Widerspruch sein. Unser Vorteil ist, dass wir im Rotterdamer Hafen sitzen, dort wo die Container ankommen. Wir wissen, wie Container abzufertigen sind, was wir dafür tun müssen. Wir sind fast zwölfeinhalb Jahre dabei mit 85 Charterern. Wir verfügen über 20 Generatoren für den Transport von Kühlcontainern. Wir haben uns von Anbeginn auf Deutschland konzentriert. 80 Prozent aller Charteraufträge kommen aus Süddeutschland, zwischen Mainz und Basel. Wir zeichnen uns durch Verlässlichkeit aus. Wenn uns Kunden buchen, arbeiten wir mit Leib und Seele dafür, den Container so gut und sicher wie möglich anzuliefern. Wir entwickeln nun eine App. Damit können die Charterer chatten, Nachrichten schicken. Eine schöne Entwicklung. Unsere Kunden sind Tiefsee-Container-Reedereien und große deutsche Speditionen. Wir arbeiten mit gleicher Leidenschaft für Kunden mit einem Container pro Woche und für diejenigen mit 15 Containern pro Tag. Wenn sie sehen, wie wir unsere Arbeit machen, in einem Team, das seit Jahren eingespielt ist, dann macht das einfach Spaß. Mit einem Team, das jahrelang bei uns steht, das gibt es immer viel Spaß. Das